Ich bin mal wilder drauf rumgekloppe. Hm. Schau dir mal gerade, dass ich hier noch ein bisschen im Läger bin. Ich mach hier, ich soll es im Grunde eigentlich systematisch aushöhlen. Und Power-Steinchen wieder, danke. Das mach ich eigentlich gerade nicht. Hm. Ach, das war die andere vom letzten Mal. Sehr schön. Dann können wir hier noch ein bisschen was abrasieren. Ja, wir bräuchten einen Föhr, der ist im Grunde in der Permanent nur noch Material schmilzt. Oder vielleicht können wir das über den Weiteren machen. Das wäre toll. Das wäre eigentlich eine Idee. Müssen wir mal gucken, was wir denn brauchen. Na? Das wäre eigentlich schon toll. Ich will trotzdem noch eine tiefere Ebene runter. Ich weiß aber nicht, wie. Gibt es eine Wiki dafür? Hat er jemand eine Ahnung? Also, wenn die Folge kommen könnte, weiß ich das vielleicht schon. Aber falls nicht, schreibt es in die Kommentare. Please. Danke schön. So, jetzt gucken wir erstmal schön. Äh, wir sind eine Minenmanne, der 20 Meter tiefer graben kann. Das ist mir voll die fette Kupferader. Das ist voll geil. So. Und ich meine auch, die schlägt tiefer, die Axt, die Spitzhacke. Die Axt, ja genau. Schlag mit Axt in den Boden rein. Logic. Please. Oh, da ist mir wieder was. Irgendwann müssen wir ja mal tief genug sein. Ich glaube, wir sind ja immer tiefer. So. Wann haben wir sie denn den Aufzug bezahlen? Das haben wir denn nicht ganz Kraft. Da drüben haben wir noch was. Komm mal da hin. 17 Meter. Ja, du fliehst. Ja, ja, das reicht. Das reicht. Das reicht. Dann müssen wir von der Tiefe her irgendwann echt auf Eisen stoßen. Kann ja nicht sein. Kann ja natürlich. Wobei, nee. Ich habe gerade gedacht, dass wir Eisen durch ein anderes Ding kriegen. Äh, irgendwas zusammen schustern müssen. So, was haben wir denn Leveltechnisch wieder? Level up. Was nutzen wir? Ich habe gesagt, wir machen Social, ne? Ach, scheiße, soziale Sache da eigentlich. Aber naja, gut. Wir wollen ja nicht so sein. Workshop level D. Ja, das glaube ich. Hm, F. Ich mache jetzt mal eins. Ich kann mich einfach jetzt nur noch nach unten. Ich will Eisen. Ich brauche Eisen. Okay, jetzt sind wir noch im Grund. So viel zum Thema. Das heißt, hier irgendwo muss es ja dann weitergehen. Datendisk. Sehr schön. Ich glaube, das wird später komplett ausgelöst. Komplett am Levelcap dran, ne? Ah, das wird witzig. So. Weiß ich an, das ist nicht. Alles ist ganz irgendwie so eine riesige, wie hier, bis auf die Textur runtergefahren. Einfach. Stein haben wir eh so unendlich viel. Wir haben ja jetzt, wir brauchen noch, wir brauchen so einen Arsch voll. Wir brauchen mal ein 1847. Das passt. Okay. Na ja, jetzt sind wir mal am Boden. Oh gut. Gibt es hier irgendwo was? Nö. Ich grabe da einfach mal querfelde ein, ne? Ich glaube, das stört euch nicht. Ich will wissen, was ich... Vielleicht will ich mal irgendwo was. Vielleicht will ich mal eine Wegbegrenzung irgendwo und dann kommen wir da vielleicht irgendwo hin. War ich eine Idee. Wir haben uns erst mal ganz schwöne Richtung. Na ja, sagen Sie mir, wie es gerade noch geht. Weil arg viel Lüfter mal da jetzt gerade. Nämme. 20, 18, 17, 15. Aha. So, dann mal die nächste Wand. So, in dem Moment fehlt mir eine Ecke. Fünf. So. Okay, und das war's für heute. Wir sind empty. Hm. Do you want to spend 20, äh, goals to switch another area of the Abortment Reins? Äh, ja. Ach so, wahrscheinlich sind zu viele Löcher drin sind, dann kann ich das Area zurücksetzen. Okay. Ja gut, ist nicht doof. 251 Stein, Alter. Jetzt hab ich mir gedacht, ich glaub, ich verkaufe Steinen so langsam. Gut, dass wir 500 auf Kante haben und dann ist gut. Können wir hier am Arsch legen, ihr zwei. Ich glaub, die brauchen das. Ja, okay. Ich hab ja eh kein Eisen. Was soll ich machen? So. Ich glaub, ohne Fertilizer geht nicht bei denen nix. So. Rasten total aus jetzt. Glaubst du nicht? Ah, ja, wer ist denn da leer? Dachte ich mir grad schon halber, wo ich da keine Flammen mehr sah. So. Auffüllen, please. Und craft, please. So, Kupferröhrchen, drei Stück. Dann haben wir das Ding nicht auf, fertig. So. Ich glaub, man hat auch eine Kiste nur für Stein. So, mitnehmen. So. Äh, apropos Kiste nur für Stein, das ist eigentlich eine gute Idee. Äh, hier war's. Dankeschön. Haben wir schon. Äh, dann tun wir die mal grad hier daneben. Customize. Und dann machen wir die erst so... ...ein Grauton. Dann passt das nämlich. So, dann geht mal her. Zack, zack. Erstmal den ganzen Stein hier rein. Zack, zack. 3,84. Nur so wenig. Hab ich mir was nicht grad Schein reinschmissen? Nö, gut. Äh, das kommt rein. Das kommt rein. Datendisks. Äh, Powersteinchen nicht. Das sind auch nicht. Holz des... Nein. So, dann kommt das rein. Holz kommt rein. Das, das. Äh, Kupfer brauchen wir noch. Powersteinchen. Und das Zeug. Weil ich brauch dann noch die... Latte. Ne. Craft. Coverblades. 3 Stück. Ich hab keine Cowblades. Äh, echt jetzt? Wir brauchen die 4. Willkommen da raus. So eine Frage. 3 für 1. Oha. Ist okay. Krasser Shit. Ähm, wartet. Dann könnt ihr mal... Ich will ja grad noch eins gucken. Äh. Civil Furnace. Können wir im Grunde auch machen. Geht ja. Dann machen wir erstmal die Brücke fertig. So. Da holen wir uns auch noch morgen rein. Morgen ist auch noch ein Tag. Jetzt geht's mal. Bubu, wir können die X-Mann stellen. Und wir haben schon so, so spät. Däh, däh, däh. So. Und Level 13 haben wir. Cool. So, jetzt dürften ja eigentlich die Freaks da hinten jetzt auch mal fertig sein, ne? Weil ich hätte halt gern Eisen, Mann. Verdammt. Nö, die brauchen noch. Ich glaub's nicht. Echt jetzt? So, 4 Stück. Schneidwerk. Coverblades. So. Dann haben wir gleich wieder Holz mit. Alter, wir haben 500 Zupfer. Heilige Scheiße. Hihi. Ja. Nachfüllen. Craft. Oh, Schlagfeuer. Zack. So. Bab, bab, bab. Bab. Äh, was brauchst du denn? Äh. Stonebrick. 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 Auf jeden Fall. Gut. Kriegste. Hm. Brauchst du einen Platten? Stonebrick. Warte mal. Ja, mach mal kaputt. Ach, Stonebrick. Jetzt. Okay, kapiert. Das Zeug. Okay. Äh, müssen wir einen Schmelzofen machen, ne? Ah, ha, 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 ja, okay, äh, ja, warte mal kurz. So. Äh. Brauche ich Stone-Tool dafür, oder? Was war das? Wood und Stone-Stool. Stone-Stool. Äh, machen wir drei Stück, sonst komm ich nicht mit dem Bauern nicht hinterher. Stone-Stool und Holz. Sup. Töp, töp. Das soll man nicht so haben, wie wir das anders haben. Kann ich nicht drehen? Oh Gott, dann mach's halt so. Kannst du mir jetzt nicht ändern können. So. Haben wir die nochmal. Und, äh, dann lassen wir das gerade so stehen. Das ist okay. Und dann bauen wir die jetzt wieder. Was heißt, check nochmal. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht mehr rauskann. Ach so, Stonebrick war's. Ja, genau. Okay, Stonebrick. 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 So, Stonebrick. Erstmal Refill. Ja. Craft, Anschlag, Feuer. Das wär halt auch noch interessant. Jetzt machen wir, mehr machen wir als nächstes. Zero-Code, vielleicht ist es vom Brennwetter besser. Und hebt länger. Was wahrscheinlich auch wieder der Fall sein wird. Aber naja, gut. Äh, hast du wieder was für mich? Gather, Gathering. Äh, Kopfhörb, ich hab jetzt noch keins mehr da, oder? Nö, okay. Dann füllen wir das erstmal kurz wieder hier hin. Du kommst da hin. Äh, du kommst in die Steinküste. So. So. Ähm, Pflanzi, sei dir fertig. Wie sieht's ausgehen aus? 0,2. Also, wir brauchen noch zwei Stunden ungefähr. Gut. Äh, Harvest, Plates. Wie lange brauche ich die Plates? Oh, schon fertig. Eine. Eine fertig. Drei Stück brauchen wir. Äh, äh, ungeduldig. Äh, was tue ich jetzt? Äh, panisch. Wir könnten gucken, ob wir doch noch eine Mission herkriegen. Weil das eine war ja eine unfreiwillige. Aber ich glaube, es geht allgemeine Mission, ne? Wir können nicht mehr W3 machen. Jesus. Heee. Antonio, Rallo. Coverblades. Vier Tage kriege ich hin. Ja, ist okay, doch. Wir können nur... Okay. Nein, zu viel Garnot machen gerade. Aber wir brauchen Geld. Vor allem frage ich mich, für wie viel kann man eigentlich die... Wir bauen unsere Farm kurz aus. Ich brauche aber Eisen. Das fuchst mich jetzt alles gerade schwer. Ich glaube, in der Mine kriegt man eigentlich kein Eisen zusammen. Geh jetzt einmal schneller hier vorwärts. Was will ich jetzt tun? Und seid ihr fertig? Ich hätte es noch eine Stunde. Äh, äh, was tue ich jetzt? Barry sammeln. Ja, das ist voll die Idee, Bugi. Ähm, äh. Ach so, ja, Farmersbahn. Doch, 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 doch. Ich weiß, was ich tue. Äh, was brauche ich dafür nochmal? Oh, ein Möbel. Komischerweise. Woodboard. Shit. Ich brauche eine zweite Sägemaschine dafür. Äh, Woodboard. Hier. Brauche ich Holz dafür. Okay. Kriege ich hin. Äh, hier, hier. Ich habe doch Woodboards. Soil habe ich und Kacke ist da drin. Ich habe Kacke gelagert. Das ist Kacke. So. Na. Wie kriege ich es mir da raus? Zwei. Was fehlt? Woodboards. Ja, ist egal. Mach es erst mal. So. Nein. Woodboards. Ja, please. Danke. Zwei Stück. Danke. Ja. Danke. Äh. Schwert. Besseres. Das. Das. Äh. Das habe ich doch gehabt sogar. Einmal. Zweimal. So. Fünf davon. Fünf davon. Fünf davon. Und fünf von dem anderen Klebezeug da. Hä, hä. Ich habe hundert. Was brauche ich dafür? Spikes und das Zeug. Äh. Noll. Äh. Spikes fünf Stück. Und von dem anderen habe ich. Das heißt, ich brauche nur fünf Spikes? Echt jetzt? Okay, Leute. Jetzt geht's ab. Äh. Das kurz rein. Wobei, warte mal. Das gibt das Zeug her. So. Uffülle. Ach, der produziert gerade. Da kommt der Schaden hinterher. Ähm. Craft. Refuel. Ja. Und auch keine Ahnung. Achso, ich habe gar keinen Sinn dabei. Äh. Vollidiot. Kein Kupfer. Das wird gar nicht so auffüllen. Da ist mein Kupfer. Ich dachte gerade, wo ist mein Kupfer? Uff. Alter, aber 500 Kupfer weg. Ich würde ausraschen. So. Dann kommt Kupfer da hin. Äh. Das Holz kommt kurz zurück. Das Zeug kommt wieder rein. Äh. Halt, das war jetzt aber falsch. Ich müsste Kupfer auf jeden Fall, äh, Holz auf jeden Fall schlagen. Copper Blades brauchen wir aber drei Stück. Kacke muss es noch. Können wir mit schleppen. Würmchen kommt da rein. Ne, Würmchen kommt da eben nicht rein, Boogie. Fronidiot. Würmchen kommt da rein. So, da kann ein Würmchen hin. Was macht das Soil hier? Das ist auch da. Das ist Farming-Material. Äh. Holz, Kupfer. Stein. Warte mal. So. Könnt ihr mich ein bisschen was anfangen damit? Gut. Oh, good storage. Ja. Und dann brauchen wir noch kurz Steinchen. La, 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 la. Ich weiß sogar, das ist ein bisschen aufwendig hier. Äh, nur eins. Okay. Wir brauchen mehr Brennöfen. Noch mehr Brennöfen. Vielleicht kriegen wir eigentlich mal ein bisschen aus Strom oder sowas. Erstmal abwarten. Äh. Kupfer, kupfer, kacke. So. Ihr seid jetzt aber fertig, please. Ja. Es war noch nicht fertig. Scheiße. Okay. Dann will ich das jetzt mal anpflanzen, spaßesalber. Aussehen. So. Ich bin happy. Vier Tage. Gut. Von mir aus. Also Farming dauert hier auf jeden Fall auch. Gut. Das war jetzt schlecht. Das war echt schlecht. Jetzt. Fuck man. Hat es echt Material gekostet. Wie viel Kupfer habe ich eigentlich? Äh. Egal. So wenig. Äh. Ich gucke von Erfthal gerade, weil ich glaube, ich habe für die Mission nicht mehr viel Zeit. Äh. Ein Tag noch. Äh. Muck mal hin. Voll ist es. 22 Stunden. Für alle allerdings. Gut. Ähm. Ich mache das jetzt nicht besser. Was tun wir? Äh. Stacheln. Stacheln sammeln. Das war halt. Ich finde ein Stück. Ich habe ein Schwert-Upgrader zumindest. Jetzt hüpft doch. Kind. Vorne die Mission annehmen, müssen wir echt erstmal herkommen und gucken, dass man die Materialien schon mal von vornherein hat. Oder einfach einen Haufen produzieren. Ich frage mich aber, wo wir Eisen herkriegen. Vielleicht ist da drüben noch eine Mine. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Hm. Werden wir da noch rausfinden. Hm? Okay. Äh. Ne. Ne. Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt kommt mal hier, ich brauche fünf Stacheln von euch. Please. Ja, jetzt stell dir nicht an. Her mit dem Zeug. War nur ein Stachel. Ungenügend, sehr ungenügend. So, nächster. So, zwei Spines. Sehr schön. Ab was, nur drei. So, nächster. Ey, komm her. Können wir auch Schlusswaffen herstellen. So, fünf Stück. Wo war ein anderer jetzt? Ah, den holen wir uns auch noch kurz, weil was wir haben, haben wir. So, sehr schön. Denken wir noch kurz zu Papa Bär und geben noch ein bisschen Fleisch und dann ist er auch glücklich. Papa Bär? Alter, bist du verrückt? Homie. Chatten. Ja, bla bla, Gift, Fleisch. Hier, confirm. Ja, Papa glücklich. Sehr schön. Äh, wenn ich jetzt da angebraten wäre oder so. Äh, oder Fisch, dann wäre er wahrscheinlich noch happier. Sound ist an. Oh, sehr gut. Äh, Gott. Und da kommen wir dann vorwärts. Mensch, Obi. Ich weiß nicht, wann wir mal angeln. Das ist kacke. Wir müssen nur angeln. Busy zumindest. Ey, komm her, Lama. Schnauze. Lama slapping hier. Komm her. So. Double Lama slap. Ach nein, ich habe gerade zwei slapper. Brocher, Leder eigentlich. Guinness. Er mit euch. Weh, 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 weh. Es wird mir doch auch im Herzen leid, als ich mir das nicht antun. Ich bin gerade leicht ungeduldig. Und die großen Bäume fehlen immer noch. Ich habe das Gefühl, es war eine scheiße Idee. So. Her mit dem Shit. Her mit dem Shit. Wie sieht es materialtechnisch aus? Hält eigentlich noch durch. So. Äh, Kupfer, 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 Kupfer. Kupfer, vier Stück. Her mal eins fehlt noch. Oh, ich glaube es nicht. Äh, war das nicht noch hier drin? Nee, dann war das hier drin. Nee, dann war das eine Farming-Kiste. Farming-Kiste. So, machen wir schon kurz ein besseres Schwert. So, also wir hier 30 zu 18. Dann haben wir 50% Grid-Damage. Krasser Scheiß. So, äh, Kupfer, alt. Ich brauche halt jetzt nochmal zwei, 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 zwei Dings. Ja, ich befürchte, wir schaffen das nicht. Eine Stunde, das geht eigentlich mit Sklaver alles. Aber, hm, naja. Ich bin mir gleich skeptisch. Im Gegenteil. So, dann kann man den Stoff hier eigentlich auch reintun. Die Spikes reintun. Das, das, das. Boah. Boah. So, 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 so. So. Äh, hast du noch Brennmaterial? Hat noch. 33. So. Jetzt noch einer. Halt, dann lassen wir den Klammer bei uns. Da warte ich jetzt. Da müssen wir uns ein täglich Geduld haben. Sonst geht die Aufgabe an den Arsch. So haben wir einen 1834. Was sagt das Ding? Mission. Zähler. Counter. Ein Tag, acht Stunden. Ja, das kriegen wir eigentlich dicke hin. Aber ich will trotzdem. Ich will jetzt herkommen. Das noch aufsammeln. Das eine Kupfer. Das noch hier reinschmeiße. Und der Kumpfer schlafe gehen. Dann bin ich ganz entspannt. Aber vorher mache ich hier keinen Fingergum. Ähm. Holz brauchen wir trotzdem. So. Boom. Aber dieses ist doch jetzt fertig, sei. Das Korbteil hier. Harvest. Harvest. Potato Fruit. Show Emily. Ja. Grüße Emily. Morgen früh. Oder ist sie noch hier irgendwo unterwegs? Ja, die ist im Haus. Wir haben nach 18 Uhr, oder? Ja. 19 Uhr sogar. Ich muss vergessen. So. Zack, zack. Weg mit dem Holz. Ich brauch's. Scheiß, Sträucher hier, du. Ich brauch's für den Scheiß schon. Ah, die Rosenbeheulen tut mir grad echt gleich, dass sie... Scheiß, ich hoffe, die wachsen. Ich weiß nicht, ob ich das Material dafür herkriege soll. Außer ich pflanze die an. Ich pflanze das Kleinzeug, wächst halt immer, ne? Oh, oh, das gibt noch was. Siehst du, komm, ich hab hier die, die, die ganze Natur zerstört. Ich hab da echt grad ein bisschen Schiss vor. Das heißt, Schiss selber, ne? Aber, ja, ja, klar. Ich glaub, ihr wisst, wie ich mein. Ah, doch bedenke, dass mich die Natur zerstört hat. Komm her, Mann. Götter Baum. Boah, kein Mensch da. Hallo? Hallo? Danke. So. Wie lange das mit André angestabert hat. Das war noch ein sauberes Schwert, das ist toll. Ich komm schon schneller vorwärts. So. So. Wie viel alt sind wir wieder? 162, das ist auch eine schöne Zahl. Na, geh jetzt mal kurz in den Viechern, probier noch unser Schwert aus. So, in den Lamas. Lamas. Und sammeln noch Kacke ein. Level 2 Noob. Okay, komm her. Loil. Was für ein Crit. Übel. Rasieren wir die grad. So, her mit dir. Schau mal wieder da, hä? Freak. So. Ja, guck mal nicht, das ist das Material von den Lamas, das ich verkaufe. Guck mal, vielleicht kann ich das noch verarbeiten, die die wolle. Das wär toll. Das war mal. Ah ja, das passt. So. So. Döp, 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 döp. Vergau mal morgen mal ein bisschen Material. Steine behalte ich aber trotzdem. Oh, Letusisit. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, oh, und jetzt noch schön nach unserem Schmelzofen gucken, da können wir die Aufgabe noch abschließen. So, komm mal her, Kupfer, Kraft, wobei, ne, ich lasse es auslaufen, da kann ich mal Charo-Cole-Herstrecken, ob die mehr bringt. So, Cover-Blade. Ähm, da wollte ich hier was schauen. Brauche ich das dafür? Kann ich's mit anfangen? Kann ich auch nix mit anfangen? Nein. Leder, Fried, nein, kann ich nix mit machen, kann ich's verkaufen. Zumindest stand jetzt. So. Stoffwaren waren das hier. Stacheln kommen rein, die Leinen kommen rein. Gut. Dann kommt hier das Kupfer wieder zurück. Das sind die Kupferplatten, das Salz kommt rein, äh, die Bricks hab ich drei. Perfekt, kann man jetzt einen Schützpfeiler bauen, sehr schön. So, was brauch ich noch? Bronzeplatten. Fünf Stück. Okay. Gut. Ja, mach er mal. Halt, äh, ich hier. Äh, äh, das Palterma, das kommt rein. Das wird morgen verkauft. Die Brille behalte ich auch mal noch. Die kann man in die sonstige Kiste hier reintun. So. Aber bringt ja nix. Für was? So. Morgen, ich soll mich die Unerklemmen machen, das ist schön. Tö, tö, tö. Schlaffi. Tö, tö, tö. Tö, tö, tö. Komma, ist er about to explore? Hä? Checking nicht. Okay, du passt. Today is the day of the bright sun celebration. It's at 9 a.m. in the peach blazer. Thank you for the present. Äh, du kannst ja auch grad mal knicken, Alter. Tschüss. 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 Tschüss.